Ein Betrieb, der nachhaltig wirtschaftet, nur frische Produkte setzt und zu allem anderen noch sorgfältig mit den Lebensmittelabfällen umgeht? Ja, ein wahrer Vorzeigebetrieb. Das bewies der Sieger vom Bestes Swiss Gastro Award on the move. Frisch, frischer Gärtnerei. Das Gastro-Konzept des Restaurants Gärtnerei in Zürich hat Kunden im Visier, die auf Gesundes und Knackiges stehen. Alle Zutaten werden tagesfisch zubereitet von Mitarbeitern, die Enjoy Your Meal ehrlich meinen. Genauso ehrlich wie der Umgang mit dem Credo der Nachhaltigkeit. Ich denke, dadurch, dass alles frische Zutaten sind, mehr oder weniger direkt vom Feld in die Gärtnerei, das ist für mich schon ein sehr grosser, nachhaltiger Punkt. Viele, quasi überall, wo es möglich ist, nehmen wir Zutaten von der Schweiz und achten da auch auf Saisonaligkeit, gerade mit unserem Monatsalat zum Beispiel. Oder natürlich mit den Tagessuppen. Die Nachhaltigkeit geht weiter, in so wenig Wegwurf wie möglich zu generieren. Also, falls wir Sandwichen nicht verkaufen, kommt bei uns die Essbar vorbei und holt die ab, um sie am nächsten Tag in ihren Lokalitäten wieder zu verkaufen zu können. Unsere Take-away-Verpackungen sind 100% biologisch abbaubar. Also, wir versuchen, auf allen Ebenen einfach ein bisschen Nachhaltigkeit reinzubringen, auf jeden Fall. Die Gärtnerei ist ein junges Restaurant. Seit 2013 bereichert das Lokal das Gastroangebot in der Limmatstadt. Das frische Angebot kommt nicht nur bei der zahlungskräftigen Zürcher Kundschaft gut an. Die Gärtnerei ist auf Expansionskurs. Vergebens fahndet man hier nach chemischen Zusatzstoffen wie Haltbarkeitsmachern oder Geschmacksverstärkern. Ausschliesslich tagesfrisches von Mutter Natur wird hier verarbeitet und angeboten. Betriebswirtschaftlich gesehen ein zusätzliches Risiko. Alle unsere Lieferanten, ob es jetzt der Bäcker ist oder der Eierlieferant oder das ganze Gemüselieferige, kommen täglich bei uns vorbei, bringen uns täglich die frischen Produkte. Aber nicht nur auf die Weiterverarbeitung der eingehenden Lebensmittel wird großen Wert gelegt. Verantwortungsvoll ist auch der Umgang mit Zutaten und Produkten, die es bis zum Feierabend nicht über den Ladentisch geschafft haben. Einen Kübel für die glücklichen Schweine ist in dieser Küche fehl am Platz. Es mag an dieser Stelle nur wenig überraschen, dass dieser Betrieb als Best-of-Swiss-Gastro-Award-Sieger in der Kategorie One's-A-Move hervorgegangen ist. Und das, nachdem das Gärtnereiteam nicht einmal ernsthaft an eine Nominierung geglaubt hatte. Es ist für uns das erste Mal gewesen, dass ich mir an so einem Award-Show überhaupt dabei war. Und dann fängt plötzlich die Lobesrede in der Kategorie One's-A-Move an. Und sie reden von der Suppen kochen, Salatsauce mischen, von der netten Bedienung auf Augenhöhe. Und wir haben uns nur noch angeschaut und gedacht, oh mein Gott, das ist die Gärtnerei. Es ist einfach eine genaue Überschreibung der Gärtnerei. Und so ist es dann gewesen. Und entsprechend ist die Freude einfach riesig zu sein. Wirklich ziemlich unerwartet. Und ich würde mich in dem Moment nie vergessen, wo wir den Award haben können entgegennehmen. Herr Schal because he is dringend. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017